Eins runter. Ja, absolut. Hallo, hier ist Dr. Goldmann. Ich sag euch mal eins, es schneit, also müssen die Jungs raus in den Schnee. Ganz simples Video, das erste in diesem Jahr. Ohne Sinn, ohne Verstand, einfach Spaß, nimmts mit Humor. Ja, ohne Sinn, ohne Verstand, einfach Spaß mit dem Knacken. Ja, das erste in dem, ist bestimmt eine Jungs zu! Dann kann man keinen Knacken und creepchern werden. Jetzt müssen wir uns mit dem Knacken. Ich mache, wir gehen mit dem Knacken. Ich weiß, wir sind nicht mit den Knacken. Ich mache nicht mit dem Knacken. Ich komme von dem Knacken. Ich mache nicht mit dem Knacken. Ich habe einen Knacken. Ich gebe es eine Erste, die die Knacken, ein Blatt, die wir dabei brauchen. Bis zum nächsten Mal. An Dominik ist ein richtiger Baseballspieler vorbeigegangen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja Leute, das war einfach so ein kurzes Video. Was machen wir denn so nachmittags, wenn es schneit? Für alle, es ist ein Privatgelände, es ist abgesperrt hier. Keiner braucht jetzt hier rumzuheulen. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Wir schnappen uns ein bisschen Tee, schnappen uns ein, zwei Autos und dann haben wir hier unseren Spielplatz. Und jetzt unser neuer Kumpel, Snow White. Snow White. Ja, vielen Dank fürs Zugucken. Wie gesagt, erstes Video in diesem Jahr. Einfach ein bisschen Spaß und das ist auch so ein Vorbote für dieses Jahr. Denn dieses Jahr ist Spaß an oberster Stelle bei uns. Es gibt kein Rumgenörgel mehr, alles drum und dran. Morgen oder übermorgen kommt ein Video, wo wir euch erzählen, was wir genau dieses Jahr alles vorhaben. Und in dem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken und bis dann. Du musst doch mal so machen. Wie denn? Wie so ein gefährliches Tier. Kannst du mir nochmal zeigen, wie ein gefährliches Tier macht? Und zum Zahnarzt musst du gar nicht trinken. Ja, ich weiß. Auf polnisch oder so? Nein, wie eine wilde Katze. Wie machst du eine wilde Katze? Ich habe keine Ahnung, ich war noch nicht so lange ein Tier. Ich bin ein Menschen-Affekurvamatsch. Ja, ja, schmeißt mit Schnee, aber nicht so doll wie Dominik, Alter. Daher habe ich ihn hoch. Was wir brauchen, weil wir haben Marek nicht da, aber Gregor hat bestimmt eine Zigarette. Okay, warte, warte, warte. Jetzt geh weg, geh weg. Okay, warte, warte.